Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, Zuschauerfrage. Wo ist der Unterschied zwischen Sparsamkeit und Geiz und wann entwickelt sich Sparsamkeit tatsächlich zum Geiz? Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten. Sparsamkeit ist eigentlich, eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Oder was heißt eigentlich Sparsamkeit? Ist eine gute Sache. Sparsamkeit aus dem Bewusstsein des Überflusses heraus, aus dem Bewusstsein heraus, dass ich alles bekomme, was ich haben möchte und dass ich alles so einsetze, wie es zum Besten ist für mich, aber auch für die gesamte Umwelt, für alle anderen Menschen, für Tiere, für die Natur, für alle anderen Königreiche hier auf dieser Erde. Sparsamkeit bedeutet, dass ich weiß, ich habe alles, ich kann alles bekommen, aber ich schmeiße es nicht aus dem Fenster raus. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Essen koche und ich koche etwas zu viel, weil ich möchte, dass es meiner Familie gut geht, ich möchte, dass niemanden, niemand hungrig vom Tisch aufsteht und ich mache etwas zu viel. Und gerade an dem Tag haben alle nicht so viel Hunger und es bleibt etwas übrig und ich entscheide mich dann, diese Dinge, die übrig geblieben sind, am nächsten Tag noch zu einem weiteren leckeren Essen zu verarbeiten. Nicht wegzuschmeißen. Das wäre Verschwendung. Ja, das ist Verschwendung. Oder sie, ich könnte auch sagen, also ich schmeiße es nicht weg, aber ich möchte es nicht für den nächsten Tag aufheben. Ich verschenke es zum Beispiel an Menschen, die es nötig haben. An Menschen, wo ich weiß, das sind die Nachbarn oder das ist eine ältere Dame hier in der Umgebung, die möchte das gerne haben und ich möchte das gerne jetzt an diese Menschen weitergeben. Oder ich verwende es am nächsten Tag. Ich mache es in den Kühlschrank rein und mache zum Beispiel aus den Kartoffeln am nächsten Tag Bratkartoffeln. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich würde niemals diese Kartoffeln wegschmeißen. Am nächsten Tag schmecken die Reste übrigens nochmal besonders gut. In der italienischen Küche, ganz kurzer Schlenker zu etwas Schönem, in der italienischen Küche spielen diese Resteverwendungen eine sehr, sehr große Rolle. Sehr viele Gerichte in der italienischen Küche sind entstanden aus der Sparsamkeit heraus. Zum Beispiel auch Lasagne. Ja, Lasagne sind eigentlich oft Reste vom Vortag, die dann also Teichschicht, obendrauf kommt dann, ja, diese Soße, diese Reste vom Vortag, kommt wieder eine Teichschicht drauf, lecker Käse obendrüber, Lasagne. Und das sind dann die Sachen, die am nächsten Tag besonders gut schmecken. Oder auch die tollen italienischen, ja, Reste essen, wo viel Gemüse drin ist und, und, und. Hervorragende Geschichte. Das ist Sparsamkeit. Oder wenn ich weiß, ich habe bestimmte Ressourcen zur Verfügung, aus meinem Bewusstsein heraus, dass ich alles bekomme, wie ich es bekommen soll. Aber ich weiß, in diesem Monat, das ist die letzte Woche des Monats, ich habe nicht mehr so viel auf meinem Konto. Ich weiß, dass ich jetzt heute, diese Woche, in dieser letzten Woche, nicht mehr teuer in einem teuren Restaurant essen gehen kann. Oder ich weiß, gut, ich kann einen Kaffee trinken gehen. Für den Kaffee habe ich noch Geld, für den Cappuccino. Aber das Stück Kuchen, ja gut, das lasse ich heute mal weg, weil ich muss ein bisschen sparen. Das ist Sparsamkeit. Oder auch zu sagen, prima, ich muss jetzt nicht in dieser Saison wieder eine völlig neue Garderobe mir zulegen, weil, ja, das möchte ich nicht, das ist, da ist mir das Geld zu schade für. Ja, ich kaufe mir ein wunderschönes Teil und ergänze damit meine Garderobe, aber nicht alles. Ich muss nicht alles ersetzen. Das nenne ich Sparsamkeit. Geiz hat eine ganz andere Intention. Geiz kommt hundertprozentig aus der Negativität, aus dem Ego heraus und tatsächlich aus diesem Bewusstsein heraus, dass ich nichts teilen möchte. Dass ich alles für mich haben möchte und teilweise ist Geiz sehr oft auch mit Angst behaftet, ja. Die Angst, dass ich, wenn ich nicht geizig bin, dass ich dann nichts habe. Dass ich dann hungern muss. Geiz heißt, ich habe die Verbindung zum Schöpfer hundertprozentig verloren. Ich lebe in der Angst, ich lebe im Ego, ich lebe in diesem Bewusstsein, dass ich eigentlich nichts habe und kämpfen muss, mir auch nichts gönnen darf, nichts ausgeben darf, nichts teilen darf, weil ich ansonsten in dieser Armut bin. Geiz ist in dem Bewusstsein der Armut feststecken. Geiz bedeutet, ich bin absolut in den Fängen der Negativität verhaftet. Die negative Seite hat mich voll im Griff. Dann bin ich geizig. Ja, manche sagen auch, ah, ich bin jetzt zu geizig, mir das zu kaufen. Klar, das ist so dahingesagt. Eigentlich will ich sagen, ich bin jetzt zu sparsam, mir das zu kaufen. Geiz ist immer negativ. Geiz ist immer mit dem Ego verhaftet. Es gibt Menschen, die haben hunderttausend Euro auf dem Bankkonto und sind trotzdem wahnsinnig geizig, sind zu geizig, sich mal einen Kaffee zu gönnen, weil sie sagen, ja, dann gebe ich wieder so viel Geld aus, lieber spare ich das mal. Für was? Das ist die Frage. Für was? Geizige Menschen verlieren übrigens auch sehr, sehr oft Dinge, die sie haben. Auch Geld, auch Besitz, auch Häuser. Wenn ich zu geizig bin zu teilen, ja, wenn ich zu geizig bin zu teilen, verliere ich das, was ich habe. Das Bewusstsein ist so negativ, dass ich, also gerade geizige Leute, verlieren oft etwas. Es gibt eine Situation, die werde ich nie vergessen. Als Kind habe ich die erlebt. Es hat gebrannt in einem Haus im Ort. Ein Riesenfeuer. Es war ein Holzhaus, ein älteres Haus. Das Haus stand innerhalb von Sekunden in Flammen. Und in diesem Haus hat eine ältere Dame gelebt. Und sie war im Ort bekannt. Sie war etwas schrullig. Sie war etwas eigenartig. Und sie war auch bekannt dafür, dass sie nicht viel Geld ausgegeben hat. Aber es wurde gemunkelt, so arm ist sie eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmte. Ich will nicht hier über sie reden. Aber diese Dame war, wie gesagt, etwas schräg. Und das Haus hat gebrannt. Und die Feuerwehr oder die Nachbarn, das waren die Nachbarn, die Feuerwehr war noch gar nicht da. Die Nachbarn haben sie aus ihrem Haus gerettet, auf die Straße getragen. Also sie war alt und sie wurde auf die Straße getragen. Und als sie auf der Straße stand, ist sie, ohne ein Wort zu sagen, rein in das Haus wieder. Und wollte offensichtlich, sie hat irgendwie gesagt, mein Geld, mein Geld, mein Schmuck. Und ist wieder reingerannt. Und wollte das holen, ja. Und sie ist natürlich in diesem Haus, in diesen Flammen gestorben. Das hat nichts mit Sparsamkeit zu tun. Das hat etwas mit einer falschen Verbindung, mit einem falschen Bewusstsein zu tun. Diese Frau war verbunden mit der Negativität, ohne ihr jetzt Böses zu wollen. Aber wenn ich, mein Leben ist gerettet, mein Haus steht in Flammen. Und das kann man auch symbolisch sehen, dass das Haus in Flammen steht. Und ich bin nicht bereit, das, was in diesem Haus ist, loszulassen. Weil wir müssen letztendlich, jeder Einzelne von uns, alles Materielle hier auf dieser Erde, lassen wir los. Inklusive unserem Körper. Alles. Nur die Seele geht weiter. Nur die Seele ist irgendwann, steht sie vor dem Schöpfer, vor der unendlichen Energie, vor unserem Vater. Nur da ist unsere Seele, ist das Einzige, was mitgeht. Das heißt, die 100.000 Euro auf dem Bankkonto, für was? Für welche Zukunft? Ich kenne 80-Jährige, die sagen, ja, ich habe nicht mehr so viel auf der Bank. Ich weiß es nicht, ich muss mal lieber sparsam sein. Das ist Geiz. Weil wenn ich 80 bin, gut, okay, etwas sollte ich vielleicht immer ein bisschen, kleines Pölsterchen haben. Wenn mich das beruhigt, okay. Aber die meisten Menschen, gerade in den westlichen Industrienationen, verlassen diese Erde mit einem dicken, fetten Bankkonto. Nicht, weil sie sparsam waren, sondern weil sie vor allen Dingen, gerade auch zum Schluss, geizig waren. Zu geizig auch etwas zu teilen. Und oft führt das dann sogar bei den Hinterbliebenen nicht zu Freude, sondern sogar zu Ärger. Statt sich zu erfreuen, dass Hinterbliebene dann sagen, juhu, wie wunderschön, danke für dieses Geschenk, gibt es dann oft noch Streit. Wer was bekommt, wer was haben darf, kennt ihr alle. Streitigkeiten nach dem Tod einer geliebten Person sind so oft der Fall. Ist eher die Regel als die Ausnahme. Und dazu kommt noch, je älter ich werde, desto weniger habe ich an den ganzen Sachen. Denn wenn ich 80 bin oder 85, kann ich das Leben, sagen wir mal, eingeschränkter genießen, als wenn ich 60 bin. Also, Geiz, und das hatte ich als Titel, Geiz ist geil. Natürlich ist es nicht geil. Klar, das kann man so umgangssprachlich sagen. Aber Geiz heißt, ich habe die Verbindung absolut verloren. Absolut. Das heißt, ich bin nicht dankbar. Geiz bedeutet, dass ich nicht dankbar bin für das, was der Schöpfer mir gibt. Gut, sondern dass ich mehr will, aus dem Ego heraus und nicht aus dem Wunsch heraus zu teilen. Wenn ich den Kaffee nicht trinke, weil ich sage, ich gebe dieses Geld lieber für einen guten Zweck, das ist eine andere Geschichte. Wenn ich der Meinung bin, dass das meiner Seele gut tut, ist das eine andere Geschichte. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.